Am Anfang schien alles durchdacht zu sein. Sie fielen einfach vom Himmel und haben nie damit gerechnet, dass Harpgier sie um den Verstand bringen kann. Albträume dagegen sind leichte Kusten. Sie landeten in den Wäldern der Scarecrowse. Wir jagen Sie auch einen Schauer über den Rücken. Also warum musst du dauernd darüber reden? Ich habe auf ihn geschossen, doch er kam immer näher. Unsere Kugeln stoppen Sie nicht. Die Vogel steucheln da an! Sie sind die Menschen und Sie haben Chef! Ein Glückstag. Die Rache der Scarecrowse ist Ihnen sicher. Jeder ist dazu bestimmt, ihr Opfer zu werden. Achtung vor den Scarecrowse. Entweder man tötet sie oder sie bekommen dich. Scarecrowse. Der Stoff, aus dem Albträume gemacht werden. Der Stoff, aus demPS-Titel Sie hier lief genauer. Was aber immer mehr Hoffnung liderst du sprach. König oder E2. Ist immer wiederoooo, ja so gefallen mit der Scarecrowse. Untertitelung des ZDF, 2020